Willkommen zurück bei Herotube. Wieder mit Star Conflict und mit mir spielt der Exitus. Moin. So, und dann starten wir mal jetzt hier ins Spiel und so. Ja, mach mal. Wir machen jetzt einfach mal PvE, das geht am einfachsten. Da können wir erstmal ein paar Schiffchen abschießen und so. Tu es. Munition auf allen Schiffen aufhüllen? Ja! Da hab ich jetzt ja gedrückt? Weiß nicht. Das müssen wir nachher auch noch machen. Dann muss ich dir noch zeigen, wie das geht mit dem Anklicken da. Ich hab nur noch 77 Geld. Triangulation. Oh, ein schönes Wort. Ja. Triangulation. Komm, mach Eier jetzt. Geh doch. Komm, wir spielen mit Frax und Famcomjota. Oh, geil. Ja. Oh, Alter. Irgendwas hat gepiept. Das sind ja die liebsten Typen, ja. Was muss ich denn jetzt machen? Achso, ich kann mich jetzt auf die Schlacht vorbereiten. Ja, und wenn du jetzt mehrere Schiffe hättest, könntest du unten sozusagen noch dein Schiff auswählen. Achso, ja. Kann ich nicht. So. Warum hast du schon drei Stück? Weil ich mir die schon freigespielt hab. Also, freigekauft, besser gesagt. Ja, ja, ja. Such die. Mhm. Kannst du jetzt gleich mal meinen dicken Kreuzer, ob du gut achten? Na toll, und ich hab wieder das kleine Babyschiff hier. Ja, ich bin lebt. Oh, ich fliege gleich neben irgendwas. Aua! Du bist vorher gegen mein Schiff geflogen, du Sack. Ich bin gerade irgendwie gegen dich geflogen. Die kommen jetzt da vorne aus dem Raum raus. Da, da, da. Da ist irgendwas Rotes. Oh, der fährt gar nicht so richtig, klar. Das ist schlimm. Ah ja, auf der linken Maustaste hast du übrigens Raketen. Was hab ich? Du hast auf der linken Maustaste Raketen, aber da musst du erst das Schiff anisiert haben. Ich hab irgendwas zu stören. Oh, fuck. Und auf Schiff kannst du Gas geben. Oh, ich werde es halt getroffen. Dann verpiss dich mit Schiff. Du kannst, auf F kannst du dein Schiff tarnen. Auf F? Ja. Na komm schon. Geh tot. Wann haben wir hier gewonnen? Na, das war jetzt der erste Teil der ersten Welle. Super. Wo, wo seh ich denn die Lebensansage? An der Seite. Oh, die Raketen, die müssen wir wieder da nehmen. Oh, ich habe irgendwas getroffen. Fuck. Oh, das war knapp. Ich werde fast mit ihm zusammengerummst, oder? So. Irgendwie fliegt die ganze Zeit auf den Kopf. Mit E und Q kannst du dich nochmal um die Achse drehen. Mit was? Mit Q? Mit E und Q kannst du dich um die Achse drehen. Ah, so sieht es schon besser aus. Keine Munition mehr, toll. Oh shit, das ist schon halt. Boah, ich geh gerade krachen, Alter. Scheiße. Bin ich tot, oder was? Ne, noch nicht ganz. Bist du tot, oder wie? Ja, keine Ahnung. Ich habe mich gerade erst mal versteckt. Ich fliege einfach die ganze Zeit um so ein Ding rum, weil ich Angst habe. Ich fliege einfach die ganze Zeit um so ein Ding rum, weil ich Angst habe. Marrecke! Es sind zwei dicken Laserstrahlen an die vorbeischießen. Warum hält denn der so viel aus, ey? Weil das eine Elite ist. So, ich habe Waffenübrillung. Ja, ich auch, klar. So, das war Runde 1. Nehme ich mal meine andere Fregatte? Ah ne, jetzt wird der hier gut. Naja, das Gute ist halt, wenn du mit mehreren, ähm... Schiffe hast, kannst du halt mehrere Raketen, weil du kannst dir halt nicht nachfühlen zwischendurch. Ich habe es gemerkt. Wir müssen jetzt nur NAV-Stationen zerstören. Oh, oh, oh! Nehme ich also auch hier. Schiff ¡Don! gut! 功 Warum geht denn die scheiß Flagge nicht kaputt, oder? Es kann auch sein, dass sie hinter Deckung sind oh Der war meine. Hinter dir. Oh oh oh. Der war meine. Das war einfach So, jetzt müssen wir ein Flaggschiff zerstören Das ist dann die letzte Mission Na, gestern bin ich mit meinem Bruder zweimal dran gescheitert Da haben wir voll verloren Das kommt halt immer auch auf deine Mitspieler drüber an So was die so können Wenn die halt nicht könnten Ja, wie ich Ja, aber du hast ja schon ein paar Kills gemacht Du bist ja wenigstens nicht gestorben Das stimmt Der kommt jetzt von da hinten Da ist er Warnung, Entdeckung Warnung, Entdeckung Warnung 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 Was ist gezeichnet? Da haben wir schon mal dieses... Jetzt kannst du so Ressourcen sammeln. Klick als erstes auf das in der Mitte, das was so lila ist. Äh, hab ich. Was hast du denn gefunden? Ne, äh, ich verstärke irgendwas. Ich mach einfach alle. Das haben wir gekriegt. 25.000 hab ich gekriegt. Geil. Warum kann ich nicht? Achso. Ja. Ich hab Verstärker, Schild, Extender gefunden. Das ist nicht schlecht, aber das kannst du erst später einbauen, weil du brauchst, dass man ein Besseres ausschifftet ist. So, müssen wir den mal pimpen kurz hier. Brauch'n Moor. Durchkörper würde ich eigentlich an. Ich hol mir jetzt mal die Waffe, die neuer. Ja. Bin ich denn eigentlich von der Fraktion? Vorhut. Was kann ich damit machen? Ich hab mir jetzt die Waffe gekauft, soll ich mir den jetzt noch machen? So, was wollen wir jetzt mal machen? Ja, tu es. Warte, und zwar, ähm, wenn du bei Ausrüstung bist, ja? Klick mal, da steht Munition auffüllen und Reparatur. Klick das mal an, das Automatische. Automatischer Einkauf, ja. Alles klar. Kannst du mal irgendwas machen? Mhm. Welchen Rang bist du eigentlich? Ähm, Rang 3 in der Föderation. So, ich muss jetzt mal hier, wer war das jetzt Hüter? Ich muss mal gucken, ich will mir nicht den düsten Monsterlaser irgendwann mal kaufen. Ja, da muss ich... Was für ein Laser? Du bist ein Monsterlaser. Du kannst da oben noch Verträge, da kannst du so Verträge eingehen, weil du gewisse, manche Waffensysteme halt nur mit bestimmten, ähm, Sachen kaufen kannst, ja. Das kann ich erst am Level 2. Ja. Durchaus. Würde Schildstärke um 12%. Hier. Der hat ja um 13. Ist das Schlachtscanner, was kann denn der? Irgend die Streuung der Hauptwaffe am Ende, ne, ich streue ja nicht mit meiner Hauptwaffe. Ich habe ja einen Laser. Wir haben abläutende Panzerung erhüllt, Schiffstöder, okay. Kollisionsverstärkter Kollisionsverstärkung. Der ist ja auch nicht schlecht. Da wird mein Schiff wendiger. Na, da. Lass mal weiter fliegen. Okay, was wollen wir noch? Mach mal. Dann machen wir jetzt mal hier auf PvP. Kämpfen wir jetzt gegen Gelb hier. Die Schweine. Vom Sack. Ich werde zweifeln, du die ganze Zeit sterben, aber ist mir egal. Ist egal. Ist doch Wayne. Sie macht... Sie macht... Lalalala. Wer ist denn das? Hallo. Der Markus. Beispiel. Besser gesagt, der JFP. Warte mal, ich muss Markus mal lauter stellen. Markus ist ganz schön leise bei mir aber auch. Ja, ich muss den erst mal auf plus 20 Dezibel stellen. Oh, Moment. Ich muss die ganze Zeit einnehmen. Oh, toll. Die haben alle übste Schiffe und ich hab nichts. Ich verstehe Markus nicht. Der muss mal sein Ding lauter stellen. Er hat gesagt, er muss noch irgendwas machen. Wir müssen jetzt diese Barken einnehmen, Dino, ne? Ja, und warum haben die alle so Riesenschiffe und ich nicht? Na, weil du dir noch keins freigespielt hast. Die machen wir nichts. Also, ich flieg zur C-Barke. Du mal zu dir rüber. Ich hab nämlich ein bisschen Angst alleine. Ja, lass die da machen bei der Barke. Ich muss mich registrieren? Ja, ja. Ja, du kannst am Ende mit deinem Steam-Account spielen. Warum bist du eigentlich so langsam mit deiner Bude? Na, weil ich ein langsames Schiff hab. Alles, dass ich dir die ganze Zeit hinten drauf fliege. Musst du das Ding abschießen oder einfach nur drumherum fliegen? Du musst hier dran, klar. In der Nähe halt bleiben. Wir kriegen gleich Besuch. Was soll ich meinen? Den kratle ich mir. Da oben. Oh, der ist weg. Hast du ihn kaputt gemacht? Ne, der hat sich getaunt. So, das war er gerade. So, den nächsten. Den da oben. So, das ist Fressraketen. Dann nehme ich den da. Warning, incoming missile. Mein Schild ist runter. Verdammt. Ich bin down. So, nehme ich mal das Schiff hier. Das ist besser. Mit Waffen her. Irgendwas haut mir hermächtig auf den Sack gerade. Ja, bei dir sind auch haufenweise Gegner. Los, fürs Scheiße. Ich bin tot. Wenn du respawnst, komm gleich mal mit zur C-Barke. Tu es. Was ist denn, das ist so etwas wie Counter-Zweck-Nail-Problems hier? Ja. Ja. Ich bin tot. Spielen. Ich bin tot. Das ist so etwas wie Gitte. Boah, was hat der für eine Überflick hatte, der Arsch? Boah. Ja, wenn wir hier fertig sind Markus, schicken wir dir mal eine Freundschaftsanfrage und dann kannst du mit uns mitspielen Ja, aber ich will mitspielen 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 Das spiel ich mit der Lage Wo bin ich ein Beta-Test? Ich hab einen kaputt gemacht Hinter dir ist einer, zwei Geil Ja, bei mir sind das viel, Alter Ich glaub, die sehen sich ja nicht mehr Wenn dein Schild runter ist, musst du unbedingt Deinen Tarnmodus anschalten Ja, hab ich doch Irgendwas fliegt mir immer noch die ganze Zeit hinterher, Alter Ich glaub, der ist größer wie ich Oh, hier ist ein riesen Asturid Oh, hier ist ein riesen Asturid Was meißen denn, Duden? Oh, ich bin tot Obelicious, heißt es Ich hab einfach noch so'n Wir haben beide auch die Hilfe mit dem Typen-Shit her Also ich hab einfach noch so'n So'n Mini-Moopser Wir müssen deine Arme rüchen, Alter Ja Ja, wir müssen das dann glaub ich noch annehmen Achso Ja, so Ja, das geht Ja, das geht Ja, das geht Hm Okay Jetzt wurde ich schon wieder platt gemacht Beacon Captured Tipp einfach mal, dass das nicht so gut ist Nee Ist jetzt nicht so brickelnd Welche Fraktion hast du genommen, Markus? Oh, keine Du musst ja mal Föderationen nehmen Jetzt wären ja alle voll bei der Föderation Enemy ship destroyed Hehehe Hör doch mal zu, und so Jetzt wird das nicht so gut Yes! Ha-ha! Ha-ha! Haben wir sie platt gemacht Jetzt hab ich ja gar kein rosa Ding Nee, das gibt's nur bei der PvE Schlacht Na, zweimal was gefunden Einmal nix Na, zweimal was gefunden Einmal nix Ja, ich hab drei was gefunden Fast 30.000 Punkte, äh, Geld gekickt Ich hab... Wo steh ich denn mein Geld? Achso Super Äh, 1900 Erfahrung Und... 9.000 Geld Und... ... ...